So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramsisterdicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine kleine News-Folge. Ich warte zwar schon den ganzen Tag seit Hannes Abreise darauf, dass es den Februar-Event-Kalender gibt mit Raids im Februar, Spotlight-Stunden, Rampenlicht im Februar, alles Mögliche. Ich glaube, die Kritter sind da. Aber jetzt wurde das hier rausgehauen, erstmal Rai Quasa im Februar. Die ganze Zeit fragt Demon in den Streams schon, wann kommt Rai Quasa? Meinst du, Rai Quasa kommt im Februar? Ich habe gesagt, naja, glaube ich nicht, wenn jetzt die Kabus und die Regis sich abwechseln hin und her. Wo ist da Platz für Rai Quasa? Aber sie machen doch ein, im Prinzip, Vorbereitungsevent nochmal zur Höhentour weltweit, bei dem trotzdem auch Rai Quasa zurückkommt. Aber nicht nur Rai Quasa, auch Mega Latias und Latios, wo ich gar keinen Bock drauf habe, weil die so mega schwer zu bezwingen sind. Aber auf Rai Quasa freuen sich bestimmt jetzt viele. So, Rai Quasa steigt beim Höhenevent Brodo Grollen herab. Trainer, Unmengen an Pokémon aus der Höhenregion, darunter auch Kyoko und Groudon, in den Brodo-Formen erscheinen bei der Höhentour weltweit. Nutzt das Brodo Grollen, um eure Vorräte aufzustocken und ein paar altbekannte Freunde wiederzutreffen. Die Teilnehmer von der Las Vegas-Tour kriegen die halt schon vor der weltweiten Tour. Bei der weltweiten Tour kriegt ihr halt dann das später. Was alles dazu ist, seht ihr in den separaten Videos zu den Touren. Las Vegas-Event, ich glaube die Tickets sind ja sowieso ausverkauft, kann man also gar nicht mehr kriegen. Wer vielleicht sagt, er ist doch enttäuscht über das Weltweite, hätte doch lieber Las Vegas gespielt. Ist, glaube ich, jetzt zu spät. Brodo Grollen von Mittwoch, dem 22. Februar bis Freitag, den 24. Februar, 22 Uhr. Also Mittwoch, 10 Uhr bis Freitag, 22 Uhr. Ein Mini-Event. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, drei Tage. Wilde Pokémon. Gekabor, Flemli, Hydropi, Waumpel, Flommel, Kamaub, Schmerbe. Mit etwas Glück, aber auch Reptain, Jungglut, Morabel, Absol. Sind halt meistens die Stader hier vergeben, vertreten. Plus eben die erste Entwicklung davon. Ja, die Stader würde ich mir schon Bonbons mitnehmen vielleicht. Und die haben ja auch alle drei ihre Mega-Entwicklung, die ihr mittlerweile machen könnt. Vielleicht könnt ihr euch noch ein gutes Exemplar sichern. Absol ist hier wieder mit dabei. Aber Absol hat man sich vielleicht auch mittlerweile schon satt gesehen. Es gibt einen Event-Boni von doppelten Entwicklungs-EP. Wer also entwickeln möchte, kann da doppelte Entwicklungs-EP mitnehmen. Und dann Raid-Kämpfe. Auch mit den Startern. In Stufe 1. Stufe 3. Die Weiterentwicklung. Und Stufe 5. Rai Quasa. Drei Tage Rai Quasa-Rain. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Plus Mega-Raids. Mega-Latias, Mega-Latios. Ist ein kleines Event, ist ein Mini-Event. Wie man sieht, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Highlight wird also wahrscheinlich Rai Quasa sein für viele. Dass man drei Tage die Möglichkeit hat, das zu bekommen. Mega-Latias, Latios. Werde ich komplett ignorieren. Mal gucken, ob es möglich ist, einmal Raids für Zuschauer zu machen mit Rai Quasa. Mittwochabend, Donnerstag, 18 bis 23 Uhr. Ich glaube, Donnerstag wäre der einzigste Tag, weil Freitag sind wir ja schon auf der Fahrt nach München. Zu Hannes für die Höhen-Tour. Rai Quasa bringt aber auch eine neue Attacke mit. Einführung einer exklusiven Attacke. Rai Quasa, die vom Mittwoch 10 Uhr bis Mittwoch, dem 1. März, bei Raid-Kämpfen gefangen werden, beherrschen die Lat-Attacke Breitseite. Heißt also, bis 1. März. Rai Quasa bleibt also nicht nur bis zum Freitag, sondern wird noch dazu addiert oder nicht? Ich weiß es nicht. Oben steht einfach so, unten steht jetzt mit der Attacke so. Wie wollt ihr die denn fangen, wenn die nicht mehr da sind? Dann muss Rai Quasa ja auch nach dem Freitag, am Samstag, Sonntag, wie auch immer, auch noch da sein. Breitseite, Trainerkämpfe, 50 Schaden, senken den Angriffswert des Gegners, Arena-Kämpfe, Raid-Kämpfe, 35 Schaden. Es gibt Feldforschungsaufgaben rund um die Höhenregion. Schließt die Aufgaben ab, um Items zu bekommen, die euch auf die Höhen-Tour vorbereiten. Es wird eine Sammler-Herausforderung geben. Eine Sammler-Herausforderung erwartet euch beim Event Prudogrollen. Für den Abschluss dieser Herausforderung zum Thema Entwicklung erhaltet ihr Hyperbälle und einen Rocket-Radar. Und natürlich gibt es wieder Event-Stigger. Ist jetzt leider nichts weiter dazu gezeigt. Also, das war's. Das waren alle Infos dazu. Habt ihr Bock auf Rai Quasa? Schreibt's mal in die Kommentare. Und ich denke trotzdem, dass der Event-Kalender, ähm, ja, der Event-Kalender für Februar heute trotzdem noch kommt. Wenn nicht jetzt, dann 22 Uhr spätestens. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Yahoo. Vielen Dank.